hallo ja mehr als eine person hat mich gebeten ein video über star wars zu machen und hier sind wir bereit über star wars zu sprechen wie es konkret funktioniert einige von euch haben mich gefragt und ein lieber kollege hallo raffaele hat vor kurzem star wars zum ersten mal gesehen damals 1905 bis 76 als die idee dem großen george lukas geboren wurde der bevor er ein regisseur war sicherlich ein großartiger geschichtenerzähler war dachte er nicht daran eine trilogie zu machen er dachte ich werde einen film machen und ich werde star wars machen damals war die geschichte in seinen augen sehr lang er übernahm den mittleren den wichtigsten teil der geschichte dieses charakters der darth vader heißt als darth vader bereits derjenige ist den wir gut kennen es gibt eine vergangenheit und so machte er sich nach und nach daran eine prequel trilogie zu machen als die dinge sehr gut liefen um ehrlich zu sein lief es von anfang an gut denn 1977 drehte er seinen ersten film es wurde in los angeles in hollywood und im chinese theater präsentiert star wars war 1977 ein so großer erfolg dass er 1980 seinen zweiten film das imperium schlägt zurückdrehen konnte aber wisst ihr als star wars 1977 herauskam hieß es einfach star wars punkt episode 4 war nicht darauf geschrieben es ist eine wiederveröffentlichung von ein paar jahren später zu der sie den titel episode 4 eine neue hoffnung hinzufügen weil das erste star wars so hieß 1980 das imperium schlägt zurück 1983 die rückkehr der jedi ritter es gab eine lange pause das wird als die klassische trilogie angesehen nach einer pause von 15 bis 20 jahren ende der 90er jahre dachte george lukas er würde alles erzählen was vorher passiert war und so schuf er die prequel trilogie 1999 die dunkle bedrohung 2002 angriff der klonkrieger und 2005 die rache der sith all das macht die hexalogie aus die von george lukas ist von ihm geschaffen von ihm geschrieben und nicht von allen filmen die jedoch immer von ihm inszeniert wurden mehr oder weniger abgesehen von episode nummer 5 und 6 es muss gesagt werden dass disney im jahr 2012 lukasfilm erwirbt und dann gebären sie eine neue trilogie über die ich im moment nicht einmal spreche nicht aus den gründen die mir gefielen oder nicht gefielen das ist nicht das was uns interessiert sondern es geht darum die hexalogie zu erklären die trilogie ist also die fortsetzung während das prequel erzählt wie anakin skywalker zu darth vader wurde okay und das ist die star wars hexalogie die hexalogie ist ein einzigartiger film auf der welt denn es ist der einzige film auf der welt der einen so umfangreichen soundtrack hat vom großen john williams der deshalb wie ich ihnen in einem früheren video sagte die möglichkeit hatte musik zu schaffen die sich über 13 bis 14 stunden film erstreckt etwas wirklich riesiges ich beschloss kürzere videos zu machen also war dies nur ein video um vorzustellen wie star wars funktioniert der zeitstrahl von star wars und wie sie geschaut werden sollten wenn ihr sie noch nie gesehen habt ihr müsst definitiv mit star wars episode 4 5 und 6 anfangen weil die prequel trilogie das heißt das was vor den 90er und 2000er jahren passiert viele dinge als gegeben annimmt die ihr schon gesehen haben solltet und die ihr schon wissen solltet aus diesem grund sprechen wir über das konzept der macht der philosophie in der klassischen trilogie der 70er und 80er jahre es ist sehr wichtig wenn ihr star wars noch nie gesehen habt mit diesen filmen zu beginnen und weiter mit star wars einem spezifischen aspekt von star wars ist es ein science fiction film nein die antwort ist nein definitiv nicht und sie wird es immer sein warum ist es kein science fiction film science fiction ist ein literaturgenre und dann ein filmgenre und in comics das themen behandelt deren technologie in der zukunft möglich ist richtig also etwas das es heute noch nicht gibt das aber plausibel zu einer technologie werden könnte die in ein paar jahren existiert viele filme aus der vergangenheit zeugen davon ok mit raumschiffen fliegenden dingen und so weiter das ist nicht die absicht von star wars star wars ist ein opernartiger film star wars ist eine oper richtig es handelt sich also definitiv nicht um einen science fiction film es ist ein film der erzählt die wechselfälle einer reihe von charakteren die auf verschiedenen planeten und im weltraum spielen aber nicht die themen von science fiction hat es gibt technologien sie zeigen uns verschiedene arten von planeten aber es ist definitiv kein science fiction film science fiction filme sind andere oder nachdem ich diesen fixpunkt gesetzt habe was grundlegend ist würde ich sogar wagen zu sagen dass sogar star wars ein film ist der in gewisser weise sogar über politik spricht weil er eines der interessantesten dinge untersucht meiner meinung nach der menschheitsgeschichte nämlich warum zu einem bestimmten zeitpunkt wenn es eine republik gibt die perfekt funktioniert kommt ein despot und alles ändert sich und alles wird zu einem regime dies ist grundsätzlich dreimal in der geschichte passiert zur zeit der römischen republik wenn an einem bestimmten punkt eine republik die perfekt funktioniert und voilä kommen die kaiser es passiert wieder in der napoleonischen ära napoleon selbst war ein revolutionär der französischen revolution ein republikaner und proklamiert sich selbst zum kaiser die weimarer republik wiederholt sich in deutschland hitler kommt an einem bestimmten punkt und wir wissen alle was mit dem nazi regimen passiert ist richtig so untersucht star wars in der prequel trilogie genau diese historischen momente es ist kein zufall dass die truppen des imperators von den nazis und faschisten während des zweiten weltkriegs inspiriert sind sie untersuchen dieses so wichtige historische thema denn in der star wars galaxie in der prequel trilogie die wir sehen gibt es eine voll funktionsfähige republik und an einem bestimmten punkt erklärt sich ein senator zum imperator des galaktischen imperiums und gründet ein galaktisches imperium ich denke dies ist ein sehr interessanter aspekt der hexalogie ich spreche hier immer von star wars der kaum behandelt wird aber einer der wichtigsten ist außerdem hat star wars eine besondere eigenschaft die es den besten filmen aller zeiten gleichtut auf verschiedenen leseebenen als ich ein kind war habe ich star wars als abenteuerfilm gesehen einen film mit helden lichtschwertern monstern zu besiegen raumschiffen planeten und so weiter ein großes abenteuer als erwachsener habe ich eine andere lesart gewählt die ich im film identifiziert habe und dieser politische aspekt ist meiner meinung nach sehr interessant und wir kommen wieder auf star wars zurück denn ich möchte speziell über einen aspekt der ersten szene des films sprechen nämlich die suche nach den plänen für den todesstern okay ich verwende dieses beispiel eigentlich nicht wirklich um mit ihnen über star wars zu sprechen aber wir haben eine reihe von filmen gemacht in denen wir über star wars sprechen und ich wollte diese grundlegende sache früher oder später erklären der mcguffin was ist ein mcguffin also der mcguffin ist etwas das den film am laufen hält es ist die ausrede okay dann wird uns der größte regisseur aller zeiten der große alfred hitchcock in einem video das ich hier nebenan schneiden werde perfekt erklären aber der mcguffin ist die ausrede dank der sich ein drehbuch entfalten kann was sind die pläne des todessterns zu beginn von star wars episode 4 eine neue hoffnung von 1977 sie sind alles was die figuren bewegt dann interessieren wir uns in wirklichkeit einen dreck um diese todessternpläne aber wir interessieren uns auch relativ wenig darum das ermöglicht es prinzessin leia eine geheime nachricht für obi-wan kenobi im roboter zu verstecken der dann auf dem planeten landet und luke skywalker trifft das ermöglicht es einmal kodiert herauszufinden wie man den todesstern zerstört das ist es was den film am laufen hält wir finden den mcguffin in vielen filmen in hitchcocks notorious der fall der mrs o'malley ist der mcguffin zum beispiel uran das uran das zum bau der bomben benötigt wird und das detective devlin zusammen mit seiner komplizin ingrid bergmann sucht es gibt viele weitere beispiele für mcguffins es gibt auch ein beispiel für einen mcguffin in titanic das herz des ozeans das berühmte juwel über das am anfang des films viel gesprochen wird wird tatsächlich zur ausrede um die alte dame auf der titanic die ganze geschichte des schiffes und ihre grundlegende liebesgeschichte erzählen zu lassen die gesamte geschichte des schiffes und ihre grundlegende liebesgeschichte und denken sie daran ein mcguffin kann sogar ein wort sein in seinem vierten poteri im jahr 1941 ist orson wells mcguffin das wort rosenknospe wie wir wissen dass citizen kane als letztes wort vor seinem tod ausspricht es ist so berühmt dass ein journalist beauftragt wird herauszufinden was dieses wort bedeutet ein anderer sehr berühmter mcguffin in der filmgeschichte ist der schatz des guten des bösen und des hässlichen den alles suchen und der alles vorantreibt aber es ist auch der schatz der goonies durch den die karte die die kinder finden dann sehen wir ein ganzes drehbuch das uns von etwas völlig anderem erzählt von ganz anderen problemen von jugendlichen von der beschlagnahmung des hauses und so weiter deshalb ist der mcguffin die ausrede die einen film am laufen hält achten sie darauf oft ignorieren wir den mcguffin irgendwann weil wir uns für die liebesgeschichte interessieren wir interessieren uns für den moment des abenteuers die action szene und warum all dies passiert bleibt im hintergrund der mcguffin ist also die ausrede um einen film am laufen zu halten es geht nicht um spione es ist das wonach spione suchen es könnten die pläne eines flugzeugtriebwerks oder die pläne einer atombombe sein was immer sie wollen es wird immer das genannt worüber sich die figuren auf der leinwand sorgen machen aber das publikum interessiert es nicht jemand fragt mich was ein mcguffin ist es wird in einer szene in einem englischen zug beschrieben der nach schottland fährt und ein mann sagt zum anderen und er sagt zu mir was ist das für eine sache über deinem kopf der andere sagt oh das ist ein mcguffin und er sagt aber was ist ein mcguffin und er sagt nun es ist ein gerät um die löwen auf den schottischen inseln in den wahnsinn zu treiben und ich sage ihm aber es gibt doch keine löwen auf den schottischen inseln und er sagt dann ist es kein mcguffin vielen dank dass sie uns darauf hingewiesen haben